Es ist doch schon Betrug, wenn man sich einfach nicht an die Regeln hält, oder? Ob Schmink-Tutorials oder Gaming-Streamer Fast vier von fünf Influenciern und Influencerinnen auf Instagram, TikTok, Twitch und Co. machen eine Untersuchung von Verbraucherschützern und der EU-Kommission zufolge Werbung auf ihren Kanälen nicht eindeutig kenntlich. Wie diese Regeln und der Betrug aussehen und welche neue Regeln seit dem 17. Februar 2024 gelten, sehen wir uns nach dem Intro genauer an. Obwohl 97 Prozent der untersuchten Internetbekanntheiten kommerzielle Inhalte veröffentlichen würden, mache nur ein kleiner Teil diese transparent, hieß es in einer Mitteilung der Kommission am Mittwoch, den 14. Februar 2024. Außerdem würden 78 Prozent der untersuchten Influencerinnen und Influencer eine gewerbliche Tätigkeit ausführen, doch nur 36 Prozent seien auf nationaler Ebene als Händlerinnen oder Händler registriert. Nach europäischem Recht müssen kommerzielle Inhalte in den sozialen Medien als Werbung gekennzeichnet werden. Das Verbraucherschutznetzwerk CPC, Consumer Protection Cooperation Network, hatte in der EU-weit abgestimmten Untersuchung Social-Media-Profile genau unter die Lupe genommen. Die beteiligten Behörden und Verbände wollten wissen, ob Influencer-Werbung in sozialen Medien ausreichend als solche gekennzeichnet wird. Unter anderem waren EU-Mitgliedstaaten wie Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich und Schweden daran beteiligt. Insgesamt hat das Netzwerk 576 Profile auf großen Plattformen wie Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, X, ehemals Twitter, Snapchat und Twitch untersucht. Davon hatten 82 über eine Million Follower. 301 bewegten sich zwischen 100.000 und einer Million Followern und 73 zwischen 5.000 und 100.000 Followern. Thematisch sind die überprüften Influencer und Influencerinnen hauptsächlich in den Bereichen Mode, Lifestyle, Schönheit, Ernährung und Lebensmittel, Sport sowie Gaming aktiv. Fast alle hätten dabei auch kommerzielle Inhalte veröffentlicht, aber nur jeder Fünfte kennzeichnete dies auch systematisch. 119 Influencer hätten zudem ungesunde oder risikobehaftete Produkte beworben, wie beispielsweise schlechtes Essen, alkoholische Getränke, Glücksspiel oder Investitionen in Kryptowährungen. Ab dem 17. Februar verschärfen sich die Regeln noch einmal, dann findet das Gesetz über digitale Dienste, DSA, in der gesamten EU auf alle Online-Plattformen Anwendung. Internetgrößen, die als Händlerinnen oder Händler eingestuft werden, müssen dann beispielsweise Informationen zum Zwecke der Rückverfolgbarkeit bereitstellen, bevor sie eine Online-Plattform nutzen, um ihre Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben oder anzubieten. Ich habe dir den Bericht der EU-Kommission in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir sehen also, dass auch reichweitenstarke, berühmte und reiche Internetgrößenregeln zu befolgen haben. Genauso, wie ich kleine YouTube-Content-Creator. Zeige deinen Kontakten dieses Video, damit sie auch auf nicht korrekte Werbung aufmerksam werden und abonniere gerne kostenlos meinen Kanal, damit ich dich auch vor allen anderen Betrugsvarianten warnen kann. Ich sage danke und Servus bis zum nächsten Video.